Herzlich willkommen bei EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute beschäftigen wir uns bei EchtgeldTV mit Graben und zwar mit einem ganz bestimmten Graben, nämlich dem Lieblingsgraben aller Börsianer, dem, richtig, Burggraben. Wir reden über Modes und darüber, ob ein ETF ein geeignetes Vehikel ist, darin zu investieren, wenn man das Thema Burggraben umsetzen will. Dazu kommen noch drei oder vier Aktien und natürlich sprechen wir auch über die Masteraktie oder das Masterunternehmen beim Thema Burggraben, all das nach diesem kleinen Risikohinweis. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv slash Disclaimer. So Christian, dann legen wir los. Burggrabenaktien. Als ETF eine gute Idee. Also wir müssen ja eigentlich ein bisschen weiter vorne anfangen, oder? Naja, natürlich. Und wieder mal bei Warren Buffett. Und das ist ja sowieso faszinierend. Wann immer es um Produkte geht, wo irgendwie Value reinkommt, ist irgendwann Warren Buffett dabei. Und wenn man ihm jedes Mal für diese Nennung im Kontext von Finanzprodukten nochmal was extra zahlen würde an Lizenzgebühren, dann wäre er noch reicher. Hätte er wahrscheinlich inzwischen Elon Musk eingeholt. Ja, aber Burggraben, tatsächlich. Dieses Bild wird ihm zugeschrieben. Beispielsweise auf der Hauptversammlung 1995 hat er darüber gesprochen, dass er Firmen, dass er Geschäftsmodelle sich wie eine Burg, wie ein Castle vorstellt, umgeben von einem möglichst breiten Mode, einem Burggraben, der dieses Geschäftsmodell absichert und der einen Wettbewerbsvorsprung dann auch darstellt für das Unternehmen. Und genau in solche Firmen investiert er ja mit Berkshire Hathaway und nicht zuletzt Apple. Ist ja ein ganz großartiges Beispiel dafür, wie ein Unternehmen quasi sein eigenes Ökosystem schafft und damit eigentlich schon den ersten charakteristischen Faktor für einen Burggraben erfüllt, nämlich den sogenannten Lock-In-Effekt oder wie das Van Eck, die Warren Buffetts Ideen gemeinsam mit Morningstar in einen ETF gegossen haben, nennt, Wechselkosten. Genau. Und damit ist nicht gemeint irgendwie die Devisen, die ihr von Land A nach Land B transferiert und wo dann irgendwelche Vorteile entstehen. Nee, tun sie auch nicht. Es geht in der Tat um Wechselkosten, wenn ich von einem Produkt auf ein anderes produktiere. Und da ist hier angeführt Salesforce, also wenn ihr Salesforce in einem größeren Unternehmen habt, dann werdet ihr euch zwei, drei, vier, fünf oder 28 Mal überlegen, ob ihr jetzt gerade das für eine gute Idee haltet, die gesamte Salesforce Suite durch diverse kleine Einzellösungen, die vielleicht noch gar nicht diese Sicherheit für euch auch darstellen in der Unternehmenssteuerung, ob ihr das einsetzen wollt. Oder das viel naheliegendere Beispiel für die meisten von euch und da könnt ihr gerne auch mal ein bisschen kommentieren, wie hat sich so ein Wechsel eigentlich angefühlt? Solltet ihr mal von iOS auf Android oder von Android auf iOS gewechselt sein? Bei meinem letzten Besuch in einem Google Store in New York hat man mir erzählt, dass es ganz einfach sei und ganz locker. Und auch Apple macht bei seinen Bemühungen und Einführungen zum neuen Betriebssystem immer wieder deutlich, dass jetzt der Umstieg von Android zu iOS noch einfacher geworden ist. Gerne mal den ein oder anderen Erfahrungsbericht, damit wir dann auch mal ein bisschen Anteil daran nehmen können, wie lange dauert das eigentlich, bis alle Apps wieder dann da sind, bis alle Kennwörter vernünftig auch dann übertragen sind. Bis alle Banking-Verbindungen, das ist ja schon bei iOS und bei einem iPhone-Wechsel, der ja jetzt auch wieder bei einigen Leuten ansteht, die vielleicht vom 12er oder 13er aufs 15er wechseln, wie lange sowas damit unterdauert, dass man wieder alle Bank-Apps vernünftig benutzen kann. All das sind in irgendeiner Form Wechselkosten. Und in Wechselkosten ist auch ein anderer Faktor mit einzurechnen, nämlich Zeit. Eure Zeit, die ihr damit verbringt, diese Neueinstellungen für dieses deutlich oder eben auch nur ein bisschen bessere Gerät oder die bessere Unternehmenssoftware einzusetzen. Das alles ist ein Element, eins von fünf Elementen, durch die Modes ausgedrückt werden können. Wie hoch sind eigentlich Wechselkosten für Kunden? Und je höher sie sind, desto stabiler kann ein Unternehmen von Umsätzen und von weitergehenden Umsätzen ausgehen. Ein anderes Beispiel für einen Mode ist das Thema immaterielle Vermögenswerte. Also so heißt es bei Morningstar beziehungsweise von Eck ist ein bisschen sperrig. Ja, es können Patente sein. Sehr häufig sind es aber Marken, starke Brands, vielleicht auch entsprechende Lizenzen, die einfach dafür sorgen, dass Konsumenten immer wieder auf dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung zurückgreifen und dass es wahnsinnig schwierig ist, das zu kopieren, weil es vielleicht auch verboten ist, weil es Gebrauchsmuster sind. Ja, und da nimmt jetzt von Eck als Beispiel Starbucks, finde ich es nicht so naheliegend klar, denen ist es gelungen, also so ein bisschen schwarzbraune Brühe, gerne mal versetzt mit ein bisschen Milch, einem Schäumchen oder einem Sirup für ungeheuer viel Geld zu verkaufen und dann auch tatsächlich darüber selbst zum Brand, zum Lifestyle-Brand zu werden. Aber viel naheliegender, gerade wenn wir Warren Buffett im Hinterkopf haben, ist natürlich Coca-Cola mit dieser globalen, über Jahrzehnte aufgebauten Markenlizenz. Coca-Cola kann man nun mal nicht einfach so kopieren und der Brand hat halt auch eine Strahlwirkung. Das Ähnliche gilt natürlich auch zum Beispiel für die Tradition und den Ogu, einer Luxusmarke wie Hermes, findet man auch nicht in der Bilanz, aber ist der Grund dafür, warum man eben für eine solche Tasche viel mehr zahlt, als jetzt der reine Material und Arbeitswert implizieren würde und warum auch dann eine solche Aktie über so lange Zeit eine so hohe und sogar noch steigende Bewertung realisieren. Ja, und ein dritter Burggraben oder ein dritter Faktor für Burggraben-Unternehmen ist das Thema Kostenvorteile. Hier als Beispiel angeführt, Anhäuser Busch, Inbev, ja, kam mir auch nicht so ganz spontan in den Sinn, sondern das, was mir als erstes eingefallen ist, ist eine Tesla als Unternehmen mit der Unternehmerpersönlichkeit an vielen Stellen sicherlich auch mal anders hervorzuheben. Aber man muss eigentlich ganz deutlich sagen, wie Tesla in diesem Jahr den Markt vor sich hertreibt mit seinen Preissenkungen und der Fähigkeit, trotz dieser Preissenkung immer noch Geld zu verdienen, liegt einfach daran, dass man sehr, sehr konsequent durch diese Production Hell gegangen ist, durch diese Produktionshölle, wo Musk ja auch öffentlichkeitswirksam in den Fabriken geschlafen hat, um keine Zeit zu verlieren, und diese Robo-Fertigung dann eben wirklich in Gang zu bringen. Und das ist etwas, was jetzt zumindest so weit gelungen scheint, dass man in der Tat Kostenvorteile realisiert und diese Kostenvorteile bei einer immer noch auskömmlichen Marge dann an Kunden weitergibt, die dann, so die Theorie und die Hoffnung, für mehr Umsätze, für mehr Autoverkäufe sorgen und Tesla im Grunde genommen die Bude einhält. Das klappt im Moment vielleicht nicht ganz so, aber dass Tesla da unbestritten sensationelle Leistung erzielt hat und das im Grunde genommen auch ein Mode darstellt, dürfte unbestritten sein. Ja, jetzt müssen sie nur noch die Robo-Taxi-Hölle überstehen und tatsächlich die Sache mit dem autonomen Fahren so hinkriegen, wie das Elon Musk schon seit ein paar Jahren erzählt. Also mir würde beim Thema Kostenvorteile auch noch Inditex einfallen. Ja, Zara, die, wir haben das mal im Vergleich zu H&M und zu klassischen Textilfilialisten gezeigt, wesentlich effizienter produzieren können und dadurch natürlich beim Kunden dann auch einen Vorteil haben, der sich in entsprechend hoher Marge, die dann auch sogar stabil ist in schwierigen Zeiten, niederschlägt. Anderes Thema für Modes sind die sogenannten Netzwerkeffekte. Da sind wir dann mitten in der Plattformökonomie, also der Wert eines Produkts, der sich allein dadurch erhöht, dass immer mehr Kunden es nutzen und damit natürlich auch einen Sogeffekt entfalten, der dann wieder weitere Kunden ranzieht und das Ganze dann noch größer und noch wertvoller macht. Das klassische Beispiel dazu ist sicherlich eine Meta-Plattform mit Facebook, mit Instagram, mit WhatsApp. Je mehr Kunden diese Dienste nutzen, umso attraktiver wird es für diejenigen, die es noch nicht haben, da dann auch noch drauf zu gehen. Aber genauso kann man auch die Kreditkartenfirmen, insbesondere Visa, Mastercard, da nennen die Provider, denn je mehr diese Karten verbreitet sind, umso mehr werden sie dann auch akzeptiert im Geschäftsleben und wenn sie in jedem Shop akzeptiert werden, ist das natürlich wieder das beste Argument, sich auch eine solche Karte zu holen. Ja, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber gerade fiel mir auf beim Thema Netzwerkeffekt, kann man auch nochmal Tesla anführen, denn beim Thema, wie weit sie da auch immer noch nicht sind, beim Thema autonomes Fahren, Aber auch da ist die Situation, dass durch die Vielzahl der verkauften Autos, die ja im Grunde genommen alle Daten vom Fahren dann auch regelmäßig in die USA überspielen, ist es eben auch so, dass die Computer und die künstliche Intelligenz, die von Tesla eingesetzt wird, um dieses autonome Fahren weiterzuentwickeln, genutzt werden können und je mehr Autos man dann unterwegs hat, desto mehr Daten kommen natürlich auch rein und desto mehr spezielle Ereignisse, die eben nicht so total alltäglich sind, zum Beispiel so ein Ding wie eine fliegende Plastiktüte oder merkwürdige Reflektionen oder ähnliches, die kommen dann eben öfter vor und verhindern dann eben auch, dass Fehler passieren. Waymo als Teil von Alphabet hat natürlich was ähnliches, weil sie eben mittlerweile auch sehr, sehr viel mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind und das machen. Also wenn du jetzt so, wenn du so weitermachst, Tobias, dann haben wir plötzlich ganz viele neue Fans für unsere kleine Sendung hier. Ja, also weil wir können ja jetzt auch noch sagen, Tesla hat ja auch noch eine super Marke und wenn man wahrscheinlich einmal in diesem Tesla-Universum drin ist, dann hat man wahrscheinlich auch einen gewissen Lock-In-Effekt. Es ist ja auch unbestritten, dass diese Aktie grundsätzlich einen gewissen Burgraben hat, aber wir kommen ja im weiteren Verlauf auch noch dazu, warum es die Tesla im Moment zumindest nicht in das Portfolio Gutes vorzustellen in ETFs schafft und bei Buffett nach meinem Wissen eben auch noch nicht drin ist. Ja, aber es gibt ja noch eine fünfte Möglichkeit, wie Aktien reinkommen können und das sind die sogenannten Skaleneffekte. Immer dann, wenn ein Markt eine gewisse begrenzte Größe hat, kann es für Wettbewerber einfach völlig unattraktiv sein, da noch reinzugehen, weil da einer schon so dominant drin ist, dass man am Ende nicht mal mehr die Kapitalkosten verdient. Das ist vor allen Dingen in diesen investitionsintensiven Infrastrukturbranchen ein großes Thema. Eisenbahn wäre sowas. Da, wo schon eine Eisenbahnlinie liegt und es gibt ja gerade in den USA und Kanada einige wirklich großartige börsennotierte Eisenbahnlinien, ja, da wird man nicht eine andere daneben legen und dasselbe Thema haben wir ebenfalls sehr häufig in den USA eben im Pipeline-Geschäft, wenn die Pipeline einmal da ist, wenn sie funktioniert, wenn sie angebunden ist, da noch was daneben zu legen. Ja, vielleicht funktioniert es technisch noch, aber wenn du es machst, haben am Ende beide nicht mal mehr ihre Kapitalkosten verdient. Da sind also Markteintrittsbarrieren sozusagen der Burkhard. Ja, und das war ja im Übrigen auch, das ist ein schönes Beispiel mit den Eisenbahnen, weil man das auch noch mal aufnehmen kann, was in dem 19. Jahrhundert dann eben in diesem Eisenbahn-Boom ja auch passiert ist, dass alle Leute dachten, in Eisenbahnen ist die einzig gültige Zukunft, Kapital nur so floss und auch schwachsinnige Linien und auch nebeneinanderliegende Linien gebaut wurden in der Erwartungshaltung, dass diese gigantisch ausgelastet wurden und man irgendwann gesehen hat, ja, ist nicht so. Und dann eben bestimmte Linien auch wieder pleite gegangen sind und es zum großen Eisenbahnsterben gekommen ist, aus dem dann einige als Sieger und als, naja, Oligopolisten hervorgegangen sind. Also das sind so die fünf, die fünf, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, so, das sind so die fünf Wettbewerbsvorteilsebenen, die man, die man dann identifizieren kann und die dazu führen, dass man so eine stabile Businessburg gebaut hat, wo man sich gar nicht so richtig viel um die Verteidigung kümmern muss, weil die Wände einfach so dick, so stabil sind, dass da gar keine anderen in irgendeiner Form durchkommen, weil sie auch einen Burggraben zu überwinden hätten, wenn sie angreifen würden, der viel zu tief ist. Vielleicht sind da noch ein paar Krokodile drin oder irgendwas anderes. Also von daher, uns geht es hier ganz generell um Unternehmen, die einen solchen Burggraben haben, die wir jetzt von ihrer Auswählbarkeit ein bisschen vorgestellt haben und jetzt, Christian, sollten wir mal gucken, wie macht das eigentlich der ETF? Ja, wir haben ja jetzt eins gemerkt, also wir haben das jetzt so ganz schön beschrieben und da sind ja auch nette Storys immer dahinter und ich denke, bei den Werten, die wir erwähnt haben, ist die Burggrabeneigenschaft auch durchaus klar. Aber wir haben schon gemerkt, da arbeitet man viel mit Narrativen oder zumindest mit qualitativen Einschätzungen. Also so eine ganz einfache Kennzahl, wo man sagen kann, also bis hierhin ist es ein Burggraben, ab da ist es sogar ein breiter Burggraben, ein White Mode und darunter ist es einfach nur Rotze. Das gibt es irgendwie nicht. Das ist sehr, sehr viel Definitionsfrage und deswegen haben wir es hier anders als zum Beispiel bei so einem Quality ETF von MSCI, wo es zum Beispiel mit der Eigenkapitalrendite ganz klare Indikatoren gibt mit einem ETF zu tun, wo die Grundauswahl, wie man so schön sagt, diskretionär ist. Subjektiv, da ist kein Kennzahlensystem dahinter, sondern da sitzen wirklich Analysten, in diesem Fall von Morningstar, der Fondsratingagentur, die eben auch ein eigenes von Banken unabhängiges Aktienresearch-Team hat und diese Analysten machen nichts anderes, eine ganze Gruppe als Unternehmen global darauf hin zu untersuchen, ob sie einen Burggraben oder sogar einen breiten Burggraben haben und einige dieser Unternehmen, die von Morningstar als Wide Mode, als breiter Burggrabenunternehmen eingestuft werden, die kommen in den FANEC Morningstar Global Wide Mode. einige wohlgemerkt, Tobias, denn es reicht nicht nur einen breiten Burggraben zu haben, es müssen auch noch zwei andere Kriterien erfüllt sein. Ja und da kommen wir dann gleich auch in die Individualität einer solchen Berechnung rein, weil was Morningstar hier macht, ist, dass sie sich die Aktien angucken und einen sogenannten Fair Value für einzelne Aktien berechnen und dann eben danach gehen, wie groß eigentlich dieser Abstand, der aktuelle Abstand zum Fair Value ist. Das ist also ein Kriterium, wie dann Aktien, die in die Mode-Systematik passen, dann selektiert werden und der zweite Schritt besteht daraus, dass man sich anguckt, wie laufen die eigentlich gerade? Also das gute alte Momentum von euch ja auch immer wieder als eine Kennzahl gerne genommen, gerne auch nachgefragt, das Momentum wird genommen und was hier nicht mit in das Fondsvermögen reinkommt, was auf jeden Fall aussortiert wird, sind die 20% der schlecht performensten Aktien. Die werden aussortiert, sodass nach Momentum im Grunde genommen nur die 80% besten Werte bereitstellen. Das heißt, wenn eine Aktie gerade in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend ist, dann kommt sie da erstmal nicht rein, weil man zumindest abwarten will, bis es Titel gibt, die noch stärker in der zurückliegenden Periode an Wert verlieren. So, und da stellen wir also fest, wir haben hier gleich ein doppelt diskretionäres, irgendwie aktives Produkt, denn einerseits die Einschätzung, was ist ein White Mode und was nicht, ist ja subjektiv auf qualitative Analyse fußend und auch die Ermittlung des Fair Value, naja, ist halt nichts, was man einfach so quantitativ objektiv festgesetzt hat, sondern es gibt ganz, ganz viele Systeme und Möglichkeiten, den Fair Value zu ermitteln und das ist eben der Ansatz, den die Morningstar-Analysten da verwenden und der ist natürlich auch in gewisser Hinsicht aktiv, das heißt also 2018 kam dieser ETF in den USA raus, 2020 kam er in Deutschland, Europa als usage-taugliches Produkt dann raus und ich muss sagen, also nach allem, was ich so gesehen habe in den letzten Jahren, war das der erste wirklich nicht mehr passive, sondern, naja, semi-aktive ETF, der dann rausgegeben wurde mit sehr, sehr vielen Themen, wo man sich einfach fragt, warum ist das jetzt so, warum ist die Aktie drin und diejenige nicht und man kann es wirklich in vielen Fällen nicht transparent erklären und man kann es in vielen Fällen, weil Morningstar auch nicht jede Rating-Entscheidung einzeln kommentiert herausfinden. Das ist etwas, wo man zu einem gewissen Grad als Anleger sagen muss, naja, ich vertraue dieser Morningstar Methodik und Morningstar, die machen einen guten Job bei Fonds, die werden auch Aktien können und naja, außerdem in der Vergangenheit, das kommt ja auch noch hinzu, ist die Sache ganz gut gelaufen, behauptet zumindest Morningstar gemeinsam mit Van Eck, denn wie es sich ja gehört, gibt es für diese Geschichte auch ein grandioses Backtesting und ein Backtesting macht ja nur Sinn, wenn die Kurve, die man verkaufen will an den Anleger, möglichst weit oben und der Index möglichst weit unten ist, das haben wir auch hier, es ist wirklich ein globales Konzept, nicht nur etablierte Länder, sondern auch Emerging Markets können hier rein, das heißt, man vergleicht diesen Global Mode Index mit dem MSCI All Country World Index, nicht nur mit dem MSCI World und das natürlich toll zum Launch im Oktober 2018, als dann die Produkte an den Start gingen, da hatte der Mode Index 126% Vorsprung und der Acqui nur 17% plus, tja, nur seitdem der ETF dann am Markt ist in den USA, müssen wir sagen, war es das mit dem Vorsprung, wie so oft, Riesendifferenz, Riesenvorsprung, Riesenoutperformance im Backtest, in der sogenannten historischen Simulation und in freier Wildbahn, naja, kann man zumindest mal sagen, es lief nicht schlechter als im Acqui, aber eben auch nicht besser. Aber wenn man auf diese Grafik guckt, dann sieht man eben schon so ein paar Sachen, die Gesamtdarstellung so ein bisschen merkwürdig aussehen lassen. Wir sind da ohnehin noch im Dialog, aber was uns zumindest mal auffällt, ist, dass das Thema, naja, einigermaßen unzureichend beschriftet ist. Also, was sind es dann genau für Indizes, in welcher Form reden wir hier über Währungen, was passiert da, eine kumulative Rendite in Prozent, ja, was denn jetzt, wird in Deutsch geschrieben, ist das Dollar, ist das Euro und wie sieht es da eigentlich aus und, naja, Christian hat von der Performance eben schon gesprochen, dass die nun ausgerechnet da aufzuhören scheint, wenn das ganze Ding Public geht, ist halt auch nicht so ideal und wir können uns das im Übrigen auch, wir können uns das übrigens auch mal in einem Arriva-Chart angucken, den wir eben auch haben und der ab dem 14. 7. 2020 verfügbar ist und da haben wir mal ein iShares MSCI World mit reingelegt, der 43,3% seitdem zugelegt hat, da haben wir ein MSCI All Country World ETF reingelegt, der 39,3% zugelegt hat und da haben wir natürlich auch den VanEck mit reingelegt, den Global Wide Mode und der hat eben nur 27,2% zugelegt. Das sind schon mal so Sachen, wo man sagt, ja, man hat schon etwas merkwürdiges Gefühl bei das Ganze und dieses Gefühl wird dadurch auch noch deutlicher getrübt, dass man den Altmeister, den Altmeister des Mode Investings im Grunde genommen in der Grafik dann auch drin hat und dessen Performance nun mal bedeutend besser aussieht, nämlich bei 120% Kurszuwachs angekommen ist. Wobei wir da natürlich berücksichtigen müssen, dass Warren Buffett nahezu ausschließlich in den USA investiert ist. Ja, gut, er hat ein paar japanische Aktien, auch ein paar europäische Aktien und Firmen, die er besitzt, sind natürlich weltweit aktiv, aber da ist schon ein stärkerer US-Anteil drin, zumindest als jetzt in diesem Global Wide Mode Index, denn da haben wir nur einen US-Anteil aktuell von 56%, also gut die Hälfte, weniger übrigens auch als im MSCI Acqui Index, da sind es nämlich immerhin 62% und auch ansonsten wir einen sehr, sehr großen Unterschied, nämlich deutlich weniger Tech hier im Wide Mode ETF, aktuell 13% im MSCI Acqui sind es 21% und das wesentliche Argument, warum hier weniger Tech drin ist, ist ja nicht, dass man in der Technologiebranche keine Burg gräben hätte, natürlich hat man die, aber die Bewertungen sind eben dort etwas höher und dieser Fair-Value-Ansatz von Morningstar, der ja Basis dafür ist, welche Unternehmen ausgewählt werden, der ist natürlich eher schon ein bisschen Value-lastig und deswegen schafft es zum Beispiel eine Apple nicht und auch eine Alphabet nicht in diesem Index, auch eine Tesla ist nicht dabei, eine LVMH auch nicht, also diejenigen, die man als allererstes im Kopf hätte, wenn es um breite Burggräben geht, die sind eben nicht dabei, weil hier eben nicht ein Quality-Faktor abgebildet wird, sondern man letztendlich so eine Mischung hat aus hoher Qualität und Bewertung, also Quality und Value, um das mal in Anlehnung an einen anderen Ausspruch von Warren Buffett zu sagen, es geht hier nicht nur um Wonderful Companies, sondern die auch noch nicht at a fair price, sondern at a wonderful price. Ja, und das sind alles so Sachen, man guckt sich das an, man sieht dann eben auch die Entwicklung gegenüber dem MSCI World, man bekommt einen bestimmten Eindruck und bei mir ist es dann eben so, ich sehe hier Kosten von 0,52% für das ganze Brimborium, was man da macht, ist das wahrscheinlich auch ein ganz angemessener Preis, aber in meiner Betrachtung zahlt es sich hier eben nicht aus und diese zurückgerechnete Grafik, naja, die kann ich nicht einschätzen, ob die in der Form wirklich so korrekt ist, 0,52% ist das eine, wir sehen auch ein sehr niedriges Fondsvolumen im Grunde genommen, 71 Millionen ist nicht besonders viel, da muss man schon auch die Frage stellen, welche Zukunftssicherheit hat dieser ETF, für mich persönlich würde das in der Tat keine Rolle spielen, denn bevor ich in dieses Produkt investieren würde, würde ich definitiv eine Berkshire Hathaway kaufen, natürlich als B-Aktie, die A-Aktie wird etwas schwer händelbar sein, aber da kommt im Grunde genommen jeder von uns an, wir haben deutlich niedrigere Gesamtkosten auf der TER-Ebene und das, was ich hier so bei diesem Ansatz und der Umsetzung dieses Ansatzes sehe und wir kommen ja auch noch auf ein paar Einzelaktien, die in dem ETF enthalten sind, überzeugt mich persönlich nicht. Ne, also muss ich auch sagen, wie gesagt, der Vergleich mit Warren Buffett, er ist nicht ganz fair, aber natürlich, also wenn du mich vor die Wahl stellst, Warren Buffett oder der Burggraben ETF, da ist natürlich klar, was ich mache und wenn man jetzt auch sagt, naja gut, also Buffett ist ja nur USA, ihr könnt dieses Wide-Mode-Thema auch speziell als US-ETF, der in Deutschland zugelassen ist, also nur mit US-Aktien ins Depot packen, nur wieder mal, wie wir das bei Van Eyck schon mal gesehen haben, bei dem gleichgewichteten Produkt, damals World Equal Weight, da ist inzwischen auch der dunkelgrüne Filter drauf, nämlich das ist alles nur noch sustainable und naja, also nachdem ja selbst Daniel Bayer bei diesem Thema nachhaltige ETFs als Grünpolitiker äußerst reserviert war, haben wir gesagt, das stellen wir euch jetzt gar nicht mehr vor, gleichgewichtet ist noch ein gutes Stichwort, hier in der Tat im Global Wide-Mode ETF gibt es eine Gleichgewichtung, allerdings mit einem ja ganz lustigen Zusatzfeature, denn der ETF besteht aus zwei Teilportfolios von jeweils 50 Aktien, die halbjährlich neu zusammengesetzt werden und zwar natürlich versetzt, das heißt, es wird jedes Quartal irgendwas am Index herumgeschraubt und theoretisch könnten es also, wenn in diesen Teilportfolios jeweils 50 verschiedene Aktien sind 100 Aktien sein, es sind aber eben nur 68, das heißt, die Überlappungen zwischen den Teilportfolios sind recht groß und deswegen aber wegen der Gleichgewichtung innerhalb der Teilportfolios habt ihr bei den Einzelwerten zumindest bei den Tops erstmal sehr häufig die 2% da stehen und irgendwann werden es dann nach weiter unten die 1, irgendwas. Positiv muss man sagen, Morningstar macht einen Report und erklärt zumindest, welcher der 3 Faktoren neues Mode Rating, Momentum oder Abstand zur Fair Value dafür verantwortlich war, dass eine Aktie reingekommen ist oder rausgegangen ist und gerade hat wieder so ein Austausch stattgefunden hat. Im September wurden 13 von 50 Werten ausgetauscht, neu dabei unter anderem Nike, sicherlich von der Marke her, zweifelsohne White Mode aber lange Zeit eben sehr teuer jetzt vom Price Fair Value Faktor endlich dann auch drin sowie vom Momentum beispielsweise jetzt drin eine Alibaba wenn wir mal auf die bekannteren Werte schauen raus mussten Boeing, Japan Tobacco Intuit und LAM Research kann man sich denken, warum gerade bei den letzten tja, die sind richtig gut gelaufen da ist das Kurspotenzial nach Meinung der Morningstar Researcher jetzt nicht mehr so groß zumindest in Relation zu ihrem Fair Value und eine British American Tobacco und eine Kellogg fallen halt raus, weil das Momentum inzwischen zu schlecht ist. Ansonsten tja, wenn man die Liste so durchgeht, der Top Einzelwerte die ganzen Bekannten sind nicht dabei, es fällt auf, also Börsen scheinen die zu mögen, ja Börsen haben ja hohe Markteintrittsbarrieren, also es gibt jetzt keine Idee eine zweite Börse Frankfurt daneben zu setzen oder eine zweite Xetra Plattform, deswegen würde eine deutsche Börse auch passen, die ist nicht drin, aber eine London Stock Exchange und eine Singapur Exchange ist mit dabei, Brauereien sind auch ganz beliebt und ansonsten naja, Finanzwerte und relativ viele Spezialitäten und dazu auch einige Unternehmen, bei denen man sich nicht nur fragt, wo kommt jetzt eigentlich das Kurspotenzial her, sondern bei denen man sich auch fragt, wo genau ist jetzt da bitte der Burggraben und das gilt für eines der nur zwei deutschen Unternehmen in diesem Index, nein, die GEA ist es nicht, bei der wir es uns fragen, sondern es ist ein anderes Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, eine gefallene Ikone, ja im Ernst, Bayer ist im Wide Mode ETF. So, und jetzt sind wir genau da angekommen, wo man schon mal ein bisschen hektisch werden kann. Also, was haben wir hier? Wettbewerbsvorteile identifizieren beim Mode ETF, Wechselkosten, immaterielle Vermögenswerte, Netzwerkeffekt, Kostenvorteile, Skaleneffekte. Und dann steht man vor einer Bayer-Aktie und ist einfach in der Situation, dass man sich irgendwie fragt, also wenn Bayer in den letzten Jahren irgendwo etwas bewiesen hat, ist, dass sie eine herausragende Fähigkeit daran haben, Aktionärsvermögen zu vernichten. Da sind sie auch im weltweiten Vergleich schon sehr, sehr ordentlich vorne positioniert, insbesondere wenn man sich Unternehmen anschaut, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal mehr als 50 Milliarden Euro, US-Dollar, vollkommen egal, wert waren und es möglicherweise nicht mehr sind. Denn die Marktkapitalisierung von einer Bayer ist mittlerweile bei 48 Milliarden Euro angekommen und das Ganze wird so ein bisschen durch den Enterprise Value aufgefangen, in der es beruhigender Weise noch hoch und das ist natürlich nicht beruhigend, weil in dem Moment, wo der 79 ist, wisst ihr als treue Echke TV Zuschauer, dass die Differenz dann irgendwas über die Schuldensituation aussagt und wenn 48 Milliarden die Marktkapitalisierung ist und 79 Milliarden der Enterprise Value, dann haben wir so ein kleines 31 Milliarden Problem, das verzinst werden muss, weil wir hier netto Verbindlichkeiten haben und natürlich ist es auch so, dass wir uns das wie immer im Zusammenhang auch mit einem EBITDA anschauen, was im Moment, naja, zwar in der Vergangenheit so im Bereich zwischen 21,6 halb und 22,3 Milliarden lag, aber worüber wir ja im Moment noch nicht gesprochen haben, ist, dass Bayer seit der Monsanto Übernahme nicht nur festgestellt hat, dass da diverse Gefahren sich auch materialisiert haben, die man vorher aus irgendwelchen Gründen, weil man keine Ahnung, was man da genommen hat, weil man die eben nicht sehen, gesehen hat oder sehen wollte, sondern weil sich immer weiter Dinge materialisieren, so zuletzt im Juli, als eine relativ deutliche Gewinnwarnung kam, wo es darum ging, eine ordentliche Abschreibung auf ein Geschäft vorzunehmen, was Bayer eigentlich den Weg in die Zukunft ebenen wollte, Rede ist von Glyphosat und dann eben auf das Monsanto Geschäft. Naja, man muss sich das ernsthaft vorstellen, also die haben zweistelligen Milliardenbetrag für Monsanto ausgegeben, die hauen zweistelligen Milliardenbetrag raus für diese ganzen Schadensersatz Prozesse, wohlgemerkt, das ist nach wie vor nicht final erledigt, aber das, was sie da gekauft haben, das produziert jetzt nicht steigende Umsätze und Erträge, sondern lahmt nach einer kurzen Zwischenkonjunktur schon wieder und jetzt haben sie also da angefangen, den Goodwill, die bilanzielle Luft auch noch abzulassen und über zwei Milliarden auf diesen Geschäftsbereich Crop Science, also alles, was mit Saatgut und Unkrautvernichtern zusammenhängt, abzuschreiben. Das ist also die nächste unternehmerische Bankrotterklärung. Dann heißt es ja immer, ja, das ist natürlich alles schwierig und Monsanto ist toxisch, aber irgendwann wird das erledigt sein und Bayer ist ja am Ende schon operativ, was immer das dann noch heißt, profitabel und die Aktie ist ja günstig. Da frage ich mich immer, naja, was ist denn jetzt bei der Aktie wirklich günstig und wie soll ich das Ganze denn bewerten? Also, wenn ich jetzt einfach mal gucke, für das erste Halbjahr nur, dann habe ich zwei Ergebnisse je Aktie, nämlich ein ganz normal Gewinn je Aktie ohne irgendwelche Abzügebereinigung und sonst was, der liegt gerade mal bei 30 Cent und war im zweiten Quartal sogar negativ und wenn ich dann das bereinigte Ergebnis habe, dann stehen 4,17 Euro. Also, ich darf mir also aussuchen, mit welcher Zahl ich rechne und entweder ist es wahnsinnig günstig oder es ist viel zu teuer. Deswegen schaue ich ja gern auf das, was für mich als Aktionär am Ende ja relevant ist, nämlich, dass das Unternehmen Einzahlungsüberschüsse, sogenannten Free Cash Flow produziert und man mit diesem Cash Flow auch mir als Aktionär irgendwas zurückgeben kann, sei es in Form von Zurückzahlung von Schulden, sei es in Form von Dividenden, sei es in Form von Aktienrückkaufen, egal, aber Free Cash Flow ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, Free Cash Flow war in den letzten zwölf Monaten negativ, aber da kann man ja auch sagen, ja okay, sei nicht immer so schlecht drauf, such mal was Positives, dann sage ich, okay, ich gehe ins letzte Geschäftsjahr, da stelle ich fest, 4 Milliarden Free Cash Flow, super Sache, ja, aber bitte, 4 Milliarden Free Cash Flow und dagegen 80 Milliarden Euro Unternehmenswert, Enterprise Value, das ergibt einen Faktor 20 und das ist alles, aber das ist nicht günstig und auch wenn ich diese Rechnung lese, ja, also Bayer ist am Ende viel mehr wert als die Summe der Teile, weil da kann man ja dann die Consumer Health einzeln rausverkaufen und die Pharma-Sparte hatten Werten, man müsste das alles aufspalten, ja, dann kommt am Ende 100 Milliarden raus, ja, aber ich bin, heute muss man 80 dafür zahlen und 100 Milliarden soll es wert sein und dafür der ganze Aufwand, das alles zu filetieren mit allen Imponderabilien und nach wie vor nicht erledigten Schadensersatzforderungen darüber hinaus einer Pharma-Sparte, die zu mehr als einem Fünftel abhängt von Xarelto, wo 2026 das Patent ausläuft, wo man nicht genügend Free Cashflow hat, um wie andere große Pharmakonzerne jetzt Pipelines dazu zu kaufen durch Übernahmen etwa im Biotech-Bereich, ich muss nach wie vor sagen, ich sehe den Charme bei einer Bayer-Aktie nicht und es tut mir wirklich weh, denn das ist eine deutsche Industrie-Ikone. Und das ist das eigentliche Problem, dass hier und das ist ja eine Aktie, die wir wirklich nicht zum ersten Mal besprechen, wir haben Bayer diverse Male gehabt und wir haben das Thema Monsanto von Anfang an aus verschiedenen Perspektiven kritisch beleuchtet, zum einen aufgrund von dem generellen Thema Übernahme-Historien, wo ja Kapitalmarktstudien sagen, dass zwei Drittel aller Übernahme-Wert vernichten sind und dann eben auch aufgrund des zumindest mal ethisch anzuzweifelnden Geschäftsgebarens von Monsanto ganz generell und auch den Unsicherheiten, die damals, also wenn wir sie kennen und wenn sie uns bekannt waren, kann es ja nicht sein, dass es den Vorstand von Bayern überrascht hat. Und wenn man dann eben auch noch guckt, was jetzt beispielsweise bei der Vorlage der Halbjahreszahlen so alles rauskam, dass hier eine Abschreibung über zweieinhalb gemacht wird, dass ein Verlust erwirtschaftet wird, dass man wegen Wechselkursschwankungen den Umsatz bereinigen muss und statt 52 Milliarden Euro nur noch so 49 Milliarden macht, dass das EBITDA überproportional dann auf 11,3 bis 11,8 Milliarden zurückgeht, nachdem vorher 12,5 bis 13 Milliarden Euro prognostiziert waren, das fühlt sich eben alles irgendwie doof aus. Und ja, ist ja schön, dass der bereinigte Gewinn, und da haben wir mal wieder sowas, dass der bereinigte Gewinn bei 6,20 bis 6,40 erwartet wird, was eben auch gegenüber den 7,20 bis 7,40 ein deutlicher Rückgang ist, im Übrigen auch oberhalb des Umsatzrückgangs und übrigens auch oberhalb des EBITDA Rückgangs. Das Problem ist eben einfach, dass dieser ganze Bereinigungsrempel bei Startup-Buden ja schon ein Pain in the Ass ist, bei Bayer ist das aber noch mehr. Ja, bei Bayer muss man halt einfach sagen, das wird dann immer als Sonderfaktoren beschrieben, aber am Ende lernst du halt in einem so großen Konzern, irgendwas läuft immer schief und Sonderfaktoren gibt es halt immer. Und man hat sich halt einen speziellen Sonderfaktor extra eingekaufen, da kann ich ja nicht so tun, als wenn das jetzt so vom Himmel gefallen ist, als wenn es eine Naturkatastrophe wäre, sondern es war halt eine unternehmerische Entscheidung, Monsanto zu kaufen und an dieser Entscheidung knackt das Unternehmen noch immer, eben nicht nur vor Gericht, sondern auch der Gestalt, dass eben der ganze Bereich Crop Science, der ja nun wirklich so ein Hoffnungsträger war, plötzlich deutlich rückläufige Einnahmen verzeichnet und dass man insgesamt nicht den Eindruck hat, dass es irgendwo vorwärts geht. Der neue Chef Bill Anderson, der kommt ja von Roche, der CEO, Nachfolger von Baumann, also ein Pharma-Mensch, aber du brauchst halt, wenn du im Pharma-Bereich richtig durchstarten willst, gerade wenn du im Wettbewerb stehst mit einer Roche, mit einer Novartis, mit einer Glaxo-Smith-Kline, mit einer Pfizer, mit einer Bristol-Meyers-Quibb, mit all diesen kapitalstarken Unternehmen, dann brauchst du eigentlich finanzielle Feuerkraft, aber was die eben machen ist, wenn sie dann Free Cashflow haben, dann müssen sie auch noch Dividende zahlen, damit ihnen die letzten Aktionäre nicht komplett von der Fahne gehen und ich muss auch sagen, also wie man überhaupt in diesem Unternehmen, in dieser Situation immer noch Dividende zahlen kann, ich verstehe es nicht, gerade auch nochmal mit Blick auf die Netto-Finanz-Verschuldung, die ist im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, also vom Ende des ersten Halbjahres 22 bis zum Ende des ersten Halbjahres 23 nochmal von 36 auf 39 Milliarden Euro gestiegen und man fragt sich da in Zeiten steigender Zinsen, muss so etwas sein? Ich kann nach wie vor außer Hoffnung und die ist eben sehr gering, keinen Grund erkennen, warum man die Bayer-Aktie kaufen sollte und vor allem kann ich keinen Burggraben erkennen. Ja, genau, der Burggraben ist eigentlich das einzig, also das wesentlich Fragliche, aber für uns war es eine Möglichkeit, auch die Bayer-Aktie mal wieder in der Sendung zu haben, auch mit unseren Fragestellungen und wir antworten, wenn ihr antworten auf unsere Fragen anders seht, dann schreibt ihr es wie immer in die Kommentare. Aber wir machen natürlich weiter und wir haben eine zweite Aktie ausgewählt, die im Fondsvermögen jetzt im Moment auch gerade in den Top-Listen weiter oben auftaucht, nämlich Constellation Brands. Hier ist es ein Anbieter, naja und nicht so irgendwie ein Anbieter, sondern der größte Anbieter von alkoholischen Getränken, von Spirituosen, von Wein in den USA. 80 Prozent des Umsatzes wird in den USA mit einer Marke oder mit zwei Marken gemacht, nämlich einmal mit der Marke Modelo und zum anderen mit der bekannteren Biermarke, die noch durch ein anderes weltweites Phänomen bekannt geworden ist. Nämlich Corona. Tja, Constellation Brands ist die Aktie hinter Corona, also hinter dem leckeren Bier, in das man dann diese Limette reinsteckt. Allerdings nur in den USA. Die sonstigen Lizenzen liegen bei AB InBev, aber in den USA ist es mit Corona Constellation Brands das stärkste Importbier. dazu machen sie auch noch in Wein und Spirituosen und wenn wir über Wein sprechen, ja, einen Namen müssen wir natürlich dort erwähnen. Robert Mondavi, das legendäre Weingut im Napa Valley, das gehört auch zu Constellation Brands. Robert Mondavi ist ja sehr alt geworden, musste aber gegen Ende seines Lebens tatsächlich dann die, das Unternehmen, was er aufgebaut hat, verkaufen an Constellation Brands sicherlich das Synonym für kalifornische Weine in, naja, sagen wir zumindest skalierbarer Premium Qualität. Das gehört dazu, macht allerdings am Ende zusammen mit den anderen Weingütern auch nur 20 Prozent aus. Das heißt, wir reden hier im Wesentlichen über eine Bieraktie. Das ist uns ja durchaus sympathisch und wir haben auch schon über AB InBev gesprochen und über Heineken. Allerdings kommen wir auch auf ein Thema dazu, was wir hier in der Sendung äußerst selten hatten, was immer wieder nachgefragt wird und das können wir jetzt auch mit Abfrühstücken einfach mal durchziehen, nämlich Cannabis. Denn tja, diese biedere Brauerei mit angeschlossener Weinkellerei dachte sich irgendwann, Mensch, wir müssen cool werden, wir müssen jetzt auch in Cannabis machen und sie haben dann einfach mal 2017, 2018 4,2 Milliarden Dollar, die halt da gerade rumlagen oder eben auch nur bei der Bank rumlagen genommen und haben dafür 37,8% an Canopy Growth erworben. Börsennotierte Cannabis-Firma, ja, der Anteil ist heute noch 280 Millionen wert, das heißt, rund 4 Milliarden sind verraucht und deswegen ist auch klar, warum die letzten Jahresabschlüsse von Constellation Brands eben rot waren, eben durch besagte Abschreibungen und ansonsten also ausgerechnet 2017, 2018 in Cannabis-Aktien zu investieren, das hat nichts mit professionellem Management zu tun, sondern das ist die berühmte FOMO, die Fear of Missing Out, die man Privatanlegern ja immer unterstellt, die aber hier eben von millionenschwer bezahlten C-Level Executives aus New York praktiziert wurde. Ja, und ansonsten sehen wir eben hier schon ein Unternehmen, was auch generell ambitioniert, wirklich ambitioniert bepreist ist und auch dann ambitioniert bepreist wäre, wenn sie die ganzen Vorhaben, die sie jetzt umsetzen wollen, wirklich erfolgreich umgesetzt bekommen. Also wir sehen im Moment negative Earnings per Share, die liegen so bei knapp zwei US-Dollar, aber zumindest in den letzten beiden Quartalen waren sie zumindest schon wieder positiv. Aber im Grunde genommen, dadurch, dass das Geschäftsjahr ja im Februar endet, haben wir in dem neuen 24-Geschäftsjahr jetzt schon mal ein Quartal hinter uns und das ist das, was im Mai geendet hat und da will ich euren Blick auch drauf richten und lenken, denn die Nettomarge in diesem Quartal lag eben bei 5,4% und das Ergebnis pro Aktie in diesem Bereich oder in diesem Quartal war eben bei 74 Cent. Diese Herleitung ist deswegen ganz interessant, weil sowohl das Unternehmen selbst als auch die Analystenschaft aus irgendwelchen Gründen davon ausgehen, dass Constellation Brands im Geschäftsjahr 2024 in der Lage sein wird, so roundabout 12 US-Dollar an Profit zu machen. Naja, und um 12 US-Dollar Profit zu machen, sind ja quasi schon mal so 3 US-Dollar pro Quartal notwendig, die sie im ersten Quartal dieses Geschäftsjahrs schon nicht gemacht haben, die müssen also ausgeglichen werden, deswegen muss man also schon mal eher so im Bereich von naja 350, 360, 370 ankommen mit seinem Ergebnis pro Aktie, das setzt aber gleichzeitig voraus, dass natürlich die Marge oder gerne auch der Umsatz oder am besten beides deutlich steigen. Naja, und da haben wir so ein klitzekleines Problem, weil das, was dafür notwendig ist, das haben sie in den letzten Jahren nicht so oft geschafft, aber selbst wenn ihnen das gelinge, also wir sind jetzt mal total optimistisch und sagen, die nächsten Quartale wird Corona getrunken, als gäbe es keinen Morgen mehr, selbst wenn es gelingt, 12 US-Dollar pro Aktie zu verdienen, bleibt ja immer noch ein Aktienkurs von 260 US-Dollar da stehen und das heißt an der Stelle nichts anderes, dass diese Aktie mit einem 21er, 22er KGV bewertet werden würde, wenn das gelingt und also Corona ist ein schönes Bier und es hat sicherlich auch in den USA eine ganz starke Markenwirkung, ob das allerdings ein Burggraben ist und ob ich, also ich kann das ganz klar sagen, ich wäre persönlich nicht bereit für ein Unternehmen wie Constellation Brands auf Basis dessen, wo sie im Moment stehen und auf der dann perspektivisch zu erreichenden Bewertungsebene diesen Preis zu bezahlen, der müsste deutlich niedriger sein und vor dem Hintergrund ist es auch hier so ein bisschen erstaunlich, dass, wir hatten ja vorhin gesagt, im Grunde genommen, dass der Abstand zum errechneten Fair Value eben auch ganz ordentlich sein muss, damit ein Unternehmen hier in ein solches White-Mode ETF-Portfolio aufgenommen wird, ich kann es hier für mich nicht nachvollziehen, ich würde diese Aktie auch nicht kaufen, aber vielleicht habt ihr oder vielleicht hat Christian jetzt im Folgenden ja noch einen Ansatz, der mich eines Besseren belehrt, allein, mir fehlt der Glaube. Ja, also kalifornischen Wein kann man schon trinken, wobei ich bei Rotweinen ja raus bin, die vertrage ich nicht mehr, aber das kann man sich dann auch holen, also Corona-Bier, ja, ich mag es auch jetzt nicht so gerne, ja, also ich finde so ein normales Pilz oder so ein schönes Kölsch, deutlich besser, bloß kein Alt, aber also ich zahle ja auch gerne mehr, also für Genussmittel und auch für Aktien, aber hier sehe ich so ganz den Grund nicht, ja, also du hast das erwähnt, 21 KGV, also für ein 21 KGV, okay, eine LVMH, die hat aber einen Burggraben, die hat Ertragsqualität, die hat auch nicht solche Schulden, ja, von 12 Milliarden netto, wo man erstmal das EBITDA richtig hoch kriegen muss, damit man in diese Range kommt, die sie sich vorstellen, von dreimal EBITDA als Verschuldungsgrad und selbst das finde ich als Ziel immer noch viel zu hoch, auch wenn man es mal in der Branche vergleicht, also wenn ich Schnaps will, dann kriege ich eine Diageo zum 19-fachen Gewinn, ja, schon eher, die ist jetzt mal allmählich in so eine faire Bewertung reingerutscht, eine Brown Forman in den USA, 31, sorry, also das ist ja näher an der Hermes als an der Louis Vuitton, kapiere ich nicht, so exklusiv ist das Zeug nicht und wenn ich jetzt in Bier investieren wollte, da finde ich persönlich Heineken mit dieser globalen Präsenz und dieser globalen Marke, wir hatten das letztes Jahr mal im Gespräch mit Helmut, John, Waikiki, 58.00, ein bisschen mehr ausgeweitet, finde ich eine Heineken deutlich attraktiver, insbesondere wenn ich auf die Bewertung schaue, die Guidance von Heineken hernehme, dann habe ich da nur eine Bewertung mit etwa dem 15-fachen und insofern, also für mich gibt es hier bei aller Sympathie für das Geschäft keinen Grund einen Burggraben zu erkennen oder tatsächlich die Aktie zu kaufen. Also zumindest die Sache mit dem Burggraben sehe ich bei der dritten Aktie, die wir uns aus dem White Mode ETF mal für einen näheren Blick rausgesucht haben, ganz anders, den erkenne ich bei Medtronic auf jeden Fall, das war die erste Aktie übrigens, die meine Mutter selber im Portfolio hatte, bei einer Kardiologin kein Wunder, denn die Schrittmacher, die von Medtronic hergestellt werden, hat sie eben Jahre, Jahrzehnte lang eingesetzt und die Produkte also wirklich geschätzt und dazu kommt ja, dass es eben nicht nur eine Macht in diesem kardiovaskulären Bereich ist, also Schrittmacher und Defibrillatoren, sondern dass Medtronic inzwischen ein relativ gut diversifizierter Medizintechnik Konzern ist, der in der Neurowissenschaft, also was zum Beispiel Wirbelsäulen Implantate angeht, aktiv ist, der Diabetes Anwendungen hat, beispielsweise einen Blutzuckermonitor mit Insulinpumpe oder der auch medizinisch-chirurgische Produkte in einer breiten Palette anbietet, zum Beispiel, Tobias, Sensoren für Pulsoximetrie. Hast du ein solches Teil? Ja, das haben wir uns ja während Corona höchstwahrscheinlich alle gekauft, um unseren Sauerstoffgehalt regelmäßig nachzumessen. Ich habe da irgendeine Billigvariante genommen, die mich bei bestimmten Messschwächen mitunter auch kurzfristig mal nervös gemacht hat, aber glücklicherweise ist das ja alles überstanden, aber da hat man dann zum ersten Mal das Thema Sauerstoffsättigung im Blut so kennengelernt und gelernt, dass man darauf achten soll und dass man frühe Signale eben mitnehmen soll. Ja, okay, das ist eben auch ein Thema von Medtronic, auch ein Thema von Medtronic ist, das ist eben so eine typische 90er Jahre Aktie. Ist, war, wie auch immer, kennengelernt haben Sie vielleicht einige ältere Börsianer von einer Institution, die insbesondere so zum Ende des ersten von mir erlebten Börsengold raus, Ende der 90er Jahre, immer getrommelt hat mit diesen mit diesen Kurscharts, da war eine Nokia im Übrigen auch immer ganz nah mit dabei und das war der Stuttgarter Aktienclub. Das war so eine Musteraktie des Stuttgarter Aktienclubs. Ich weiß nicht, inwieweit sie die Medtronic dann weiterentwickelt haben, aber zumindest haben sie auch mal für dieses Thema Wachstumsaktien sensibilisiert, wobei mir eben diese beiden Unternehmen deswegen so hängen geblieben sind, weil man eben auch bei Wachstumsunternehmen trotzdem darauf achten muss, dass irgendwann Wachstum ja vorbei ist und das sieht man hier wunderbar im Grunde genommen, dass mit dem Jahrtausendwechsel, wo ja wo ja die Wertentwicklung dieser Aktie, die allen Ernstes rückgerechnet bezogen auf 1990 bei zwei US-Dollar anfängt und dann so im Jahr 2000, 2001 bei 64 Dollar endet, dann eine relativ deutliche Seitwärtsphase angetreten hat, die in der Finanzkrise der Nullerjahre, also Ende der Nullerjahre, dann eben auch bedeutet hat, dass die Aktionäre, die diese Phase als Investoren mit durchstanden haben, schon mal beim Herzschlag zumindest etwas nervöser wurden, denn die Aktie hatte sich dann mehr als verbiert. Wir gucken uns natürlich, wie sich das gehört, die ganze Entwicklung ab unserem üblichen Einstiegszeitpunkt bei der Rückbetrachtung von Aktien 2008 an und da sehen wir auch, wir sehen, dass die 50, die Podcastfahrer wissen, was sie zu tun, die Podcast-Hörer wissen, was sie zu tun haben. Wir haben eine 50 US-Dollar auf der ganz, ganz linken Seite und naja, der Kurs endet eben in der Wertentwicklungsbetrachtung bei 80. So und das heißt eben, dass die Aktie so in den letzten, naja, 15,5 Jahren um 60% zugelegt hat. Ja, mit angerechneten Dividenden, dann voll angerechneten Dividenden ist sie ungefähr auf 115 gelaufen, aber da wissen wir auch alle selber, dass das jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Eisen. Und dann kommen wir eben relativ schnell auch zu dem Punkt, wo wir uns auf die Zahlen mal versteifen und uns angucken, was ist da eigentlich gelaufen und da würde ich euch nahe legen, mal in die Spalte des Jahres 2016 zu schauen. Da war der Umsatz bei 28,8 Milliarden US-Dollar angekommen und wenn wir jetzt auf die zurückliegenden zwölf Monate schauen, dann sind wir eben bei 31,6 angekommen und das bedeutet, dass so in etwa 10% Umsatzzuwachs gelungen ist. Nicht pro Quartal, nicht pro Jahr, sondern seit 2016 und da wird schon deutlich, dass vielleicht das eine oder andere nicht mehr so rund läuft und jetzt könnte man ja vermuten, na, möglicherweise gelingt es ihnen zumindest ihre Marge gesteigert zu haben, dummerweise ist auch das nicht der Fall. Also, das ist ein tolles Unternehmen, die verdienen auch mit einer Nettomarge von 11,5% gutes Geld, aber es war eben in der Vergangenheit auch schon mal einen ganzen Schnaps höher im Bereich 13, 14 und sogar auch 15. Rausreißerjahre brauchen wir nicht nehmen. Ja, und dann wartet man vielleicht auch noch ein bisschen und denkt sich, naja, dann wird wahrscheinlich die Bewertung jetzt aber ein bisschen günstiger sein und was soll ich sagen, nee, auch das ist nicht der Fall. Das Kursgewinnverhältnis liegt hier bei einer 30,5% auf der aktuellen Basis, Price to Free Cashflow, auch ein wichtiger Faktor, liegt bei ungefähr 25% und bei einem nicht so richtig existenten Wachstum, bei einer zurückgegangenen Marge und bei einer gewissen Wiederholung zu dem, was wir auch schon bei Constellation Brands hatten, ist es hier eben so, dass die Aktie auf mich alles andere als preiswürdig wirkt. Christian, wie siehst denn du das? Ja, also ich würde sie nicht ganz so mit Stumpf und Stil ausreißen. Man sieht für die Vergangenheit, also diese 10% in sieben Jahren, das passierte ja, nachdem man 2016 oder Ende 2015 eine große Akquisition gemacht hat mit Covilian, damals ja der Umsatzsprung auch von 20 auf 28 Milliarden, dann man hat den Eindruck, dass das Unternehmen danach irgendwie erstarrt ist. Natürlich, was jetzt insbesondere den Bedarf an Herzschrittmachern angeht, was auch den einen oder anderen Produktlaunch angeht, hat man natürlich in der Corona-Zeit immensen Gegenwind gehabt. Einerseits durch die Lieferketten-Disruption, andererseits aber auch dadurch, dass der Krankenhausbetrieb schlichtweg in sehr, sehr vielen Ländern eingestellt wurde, bis auf das Minimum dessen, was eben absolut nötig war, sehr, sehr viele geplante Operationen verschoben. Aber selbst trotzdem, es bleibt am Ende der Eindruck, dass sie in der Organisation, im Kostenmanagement und vor allen Dingen im Vertrieb ein immenses Problem haben. Vielleicht haben sie auch ein bisschen zu viel inzwischen im Angebot, haben sich verzettelt und kriegen die Power, die in diesen medizinischen Innovationen zweifelsohne steckt, betriebswirtschaftlich nicht auf die Straße. Sie sprechen ja gerade auch sehr offensiv wieder von technologischen Investitionen, von digitalen Technologien, für Kostenersparnis, von natürlich Features bei der künstlichen Intelligenz, Operationsrobotern und alles. Da soll dann Geld gespart werden, eine Milliarde ab 2025, das ist fein und man traut sich auch für dieses Jahr schon wieder mehr zu. Man will eben dieses Jahr beim Umsatz um viereinhalb Prozent wachsen und es ist ungefähr halb so viel, wie man in den letzten sieben Jahren geschafft hat. Das wäre für Medtronic schon mal ordentlich allein. Es fehlt irgendwie so der Glaube. Wir haben ein versetztes Geschäftsjahr hier, April-Ende, das heißt, es ist jetzt erst mal ein Quartal nur vorbei, aber in dem Quartal ist jetzt schon mal nicht so wahnsinnig viel passiert, was auch in die Richtung geht, was diese Guidance, die das Unternehmen rausgegeben hat, untermauern könnte. Die wollen dieses Jahr 5,08 bis 5,16 Dollar je Aktie verdienen. Das ist schon mal ein sehr präzise Guidance, auch ein sehr, sehr enger Korridor und wenn man diese Guidance dann nimmt, irgendwie so 5, und man setzt das ins Verhältnis zum aktuellen Kurs von 82, dann bis zu beim KGV von 16 und dann muss ich sagen, für einen Weltmarktführer, der wirklich durch entsprechende Innovationen, durch Patente und ja, auch in gewisser Hinsicht durch die Marke gewisse Burggrabeneffekte hat, ist das doch nicht zu viel. Allein es fehlt der Glaube, deswegen ist das für mich so eine Aktie, die packe ich mal auf die Watchlist, da würde ich gerne mal sehen, was ich denn im zweiten Quartal serviert bekomme, was diese Guidance, die man jetzt rausgehauen hat, in irgendeiner Form validiert oder zumindest plausibler erscheinen ist. So, und da können wir gleich noch ein bisschen weitermachen, weil bei Metronic haben wir, ich habe es ja schon gesagt, so eine ähnliche Situation, wie auch schon bei einer Constellation Brands, dass man eben ganz optimistische Zahlen sieht, die dann erst mal erreicht werden müssen. Hier ist es eben auch so, dass es in der Tat, wie Christian gesagt hat, wenn diese 5 Dollar, 5 Dollar 10, wenn das erreicht wird, dann ist das Unternehmen, ja, ich würde da sogar sagen, attraktiv bewertet. Also, ich meine, in so einem Markt, mit der Marktstellung, die man ja trotzdem offensichtlich hat, wäre das erstmal gut. So, bleiben wir mal bei den 5 US-Dollar stehen und machen das gleiche nochmal. Erstes Geschäftsquartal des Jahres 24 endet im Juli. Die Zahlen habt ihr, wenn ihr die Unterlage heruntergeladen habt, vor euch, da stehen etwa 60 Cent. So, 60 Cent bei einer 10%igen Umsatzrendie, also bei einer Nettomarge von 10%, die das Unternehmen macht. Jetzt müssen also in den nächsten drei Quartalen noch etwa 4,50 Dollar oben raufkommen. Also, wenn wir es dann umrechnen auf die drei Quartale über 1,00 Dollar 1,20 Dollar. Also, das Doppelte dessen, das Doppelte dessen, was bisher in diesem ersten Quartal realisiert wurde, was nichts anderes bedeutet, als dass ja dann Ceteris Paribus die Umsatzmarge auf etwa 20% steigen muss. Und wenn ihr dann mal in der Vergangenheit nachschaut, wie oft war es eigentlich der Fall, dass es Medtronic gelungen ist, auf eine 20%ige Nettomarge zu kommen, ja, dann findet ihr jetzt nicht so viel, das gelang zuletzt in den Jahren 10, 11, 12, 13 und seitdem hat es eben nicht mehr geklappt. Also, hier auch ist aus meiner Sicht ebenfalls eine ganze Menge Optimismus mit drin. Nochmal, hier ist es ein tolles Unternehmen, wenn diese Zahlen erreicht werden, ist sie wirklich auch günstig bewertet, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen und deswegen auch ein Hinweis auf die Watchlist, vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir dieses Unternehmen einfach auch mal so ein bisschen in den Bewertungsreigen, wie es sich so entwickelt, über die Quartale verfolgen, mitnehmen, was sich so nach den einzelnen Quartalen tut und ob sie dieser Zielsetzung, die 5 US-Dollar bis April 24 zu erreichen, in irgendeiner Form nahe kommen können oder ob das möglicherweise eben doch etwas ist, wo sowohl Unternehmen als auch die betrachtenden Analysten da mit etwas viel Optimismus rangegangen sind. Aus meiner Sicht spricht da im Moment eine ganze Menge für, aber es kann ja auch Sachen im Unternehmen geben, Christian, die auf einmal auch noch einen ganz anderen Profitabilitätsboost auslösen. Wir haben das ja zuletzt gesehen bei einer Novo Nordisk, die ambitioniert bewertet Waren und Schienen und dann auf einmal so einen aus dem Köcher geholt haben mit einem Medikament, was richtig eingeschlagen hat. Ist ihr da bekannt oder hast du irgendeine Vermutung oder was gelesen, dass sowas bei Medtronic ansteht? Naja, also man hat natürlich einige Hoffnungen auf diesen Blutzuckermonitor mit angeschlossener Insulinpumpe, diese Minimed 780G. Da gab es natürlich auch, wie bei einigen Geräten von Medtronic in der Vergangenheit Verzögerungen, wo man dann immer gesagt hat, ja, das ist diese Lieferketten Disruption. Das war ja ein tolles Argument. Da konnte es in den letzten zwei Jahren immer oder eigentlich drei Jahren, wenn du irgendwas nicht fertig gekriegt hast, hast du immer gesagt, Corona ist wie bei Gericht. Ja, ich meine, da stapeln sich die Akten im Finanzamt geht nicht weiter, da war immer Corona und Krankenstand und hier und da. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das wirklich alles Corona und Supply Chain Disruption war oder ob da nicht doch irgendwo auch interne Probleme sind. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir hier eine Story haben, zumindest kurzfristig, wie Novo Nordisk. Also da müssen wir auch mal das Wachstum bedenken, das Wachstum, was Novo Nordisk in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat und das Wachstum, was man alleine in den letzten zwölf Monaten hatte, allein auch die Anhebungen nochmal der Prognosen für Umsatz und Ertrag, das war wie aus einer anderen Welt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das auf diesem Niveau schon mal gesehen habe bei einem so großen Unternehmen. Ausnahme wäre dann nochmal Nvidia als zweite Firma dieses Jahr. Aber also da glaube ich jetzt bei Metronic nicht dran. Die Frage ist, kriegen sie die Effizienz hin? Das werden wir sehen. Deswegen, also ich bin sehr gespannt auf das nächste Quartal, dann kann man sicherlich deutlich mehr dazu sagen. Du hast eben mal gesagt, ja, wir schauen uns mal die Bewertungsrelationen im Zeitverlauf an. Das kann man ja auch mal für die Vergangenheit machen. Also von 1994 bis 2000 ist das Kursumsatzverhältnis, da habe ich jetzt mal wirklich eine zusammenhängende Zeitreihe noch gefunden, von 3 auf 14 gestiegen. Das heißt, dieses Medizintechnikunternehmen war 2000 mit dem 14-fachen Umsatz bewertet. Einfach nur, dass mal klar ist, was da für eine irre Valuation hintersteckte, dann ist das bis 2008, dieses Kursumsatzverhältnis, unter 2 gefallen und anschließend wieder auf 6 gestiegen. Jetzt sind wir bei 3,5. Also wir sehen schon, dass diese Aktie zu immensen Multiple Expansions und Multiple Compressions, um das mal so zu formulieren, einlädt. und momentan ist, glaube ich, eine Phase, wo sie sich orientieren muss. Das ist etwas für die Watchlist. Ich neige ja auch bei solchen Unternehmen dann gerade, wenn sie Dividende zahlen und Medtronic ist ja ein Dividend, alles so gerade. 3,3% Rendite, Dividende vom Free Cashflow immerhin ganz gut gedeckt, nicht vom bilanziellen Gewinn, aber da neige ich ja auch schon mal dazu zu sagen, ach komm, irgendwie ist das eine gute Story und da kann man den ersten Fuß in die Tür stellen, mache ich hier nicht, liegt aber natürlich auch daran, dass Medtronic zwar von der Wahrnehmung her ein US-Unternehmen ist, aber de jure ein irisches Unternehmen und naja, also irische Dividenden, sofern es nicht von Lende kommt, brauche ich jetzt nicht mit den ganzen Anrechnungen und sonst was. Es ist etwas, was wir auf jeden Fall verfolgen sollten im Rahmen der Sendung und sobald zumindest die Q2 eher aber noch die Q3-Zahlen da sind, dann kann man wirklich eine valide Einschätzung treffen. So, und das war es eigentlich mit unserer Betrachtung von Mode-Aktien eigentlich. Eigentlich deswegen, weil in der letzten Woche noch was passiert ist, wo wir zumindest mal ein kleines Update auch mal wieder aus dem Echtgeld-TV-Depot geben können und zwar zu einer Aktie, die in die Sendung, auch wenn wir damit, sorry Sebastian, sorry Karl, ein wenig überziehen, wunderbar hineinpasst, nämlich die LVMH-Aktie. Da erinnert ihr euch vielleicht, dass wir die im März besprochen hatten und damals das auch gemacht haben in einer Vorstellung von Vorstellungen einer Covered-Call-Writing-Strategie, die ihr auch ohne Terminkonto und so weiter umsetzen könnt. Und wir haben euch ein Discount-Zertifikat vorgestellt, was wir damals gekauft haben, weil die Aussage ein bisschen war, also eigentlich die LVMH ist einigermaßen ambitioniert bewertet, hatte sich von den günstigen Bewertungen, die Christian und ich zusammen im Schlussquartal 2022 gesehen haben, schon einigermaßen verabschiedet und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen hier ein Discount-Zertifikat, was keine Wertentwicklungspartizipation mehr nach oben hatte, weil die Bewertung oder die Partizipationsgrenze bei diesem Produkt eben bei 700 Euro angebracht war. Die Aktie stand zu dem Zeitpunkt eben bei ungefähr 800 Euro. Und seitdem wir dieses Zertifikat gekauft haben, ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr vergangen. Am 15.09. ist dieses Produkt fällig geworden und es wurde geguckt, steht die Aktie über und auf 700 Euro, dann gibt es 700 Euro zurück oder steht die Aktie unter 700 Euro und dann gibt es eben nur den Gegenwert dieser Aktie zurück, wobei wir eben damals auch einen ganz ordentlichen Nachlass auf diesen Preis auch nochmal bekommen haben. So, und was wir hier jetzt einblenden, ist im Grunde genommen die Wertentwicklung einmal von der Aktie, die sich zwischenzeitlich, wollen wir auch nicht verschweigen, sehr gut entwickelt hat und von diesen 800 Euro auch nochmal 14% zulegen konnte, seitdem aber von diesen über 900 Euro einigermaßen deutlich abgegeben hat und inzwischen angekommen ist bei einem Kursniveau von 740. Was hier bedeutet, dass die Aktie in den letzten sechs Monaten eben um die 6% verloren hat und wir mit diesem Discount-Zertifikate-Investment 6% an Wertgewinn mitgenommen haben, die übermorgen, also am Freitag, wo diese Sendung erscheint, dann auch ausbezahlt werden. Und von daher sind wir ja in einer Fragestellung, Christian, die wir uns regelmäßig und bei dieser Aktie auch wirklich sehr gerne stellen. Wie sieht es denn bewertungstechnisch im Moment so aus? Und du hast ja in der Sendung im Grunde genommen schon was dazu gesagt, als wir über Constellation gesprochen haben und du gesagt hast, na, so ein 21er, 22er KGV, das findest du schon in Ordnung, vielleicht nicht unbedingt bei Constellation Brands, aber bei LVMH. Naja, also bei einer LVMH haben wir halt gesehen, bei 900 hat halt die Skepsis dann doch überwogen, nicht nur mit Blick auf China, wo ja über ein Drittel der Umsätze herkommt, sondern auch mit Blick auf die USA, wo ja im ersten Halbjahr die Zahlen dann doch gezeigt haben, dass da so, dass Konsumentenvertrauen ein bisschen zurückgeht, die Konsumlust doch ein bisschen abnimmt und je stärker eine Marke ja auch in die Breite geht, gerade auch mit entsprechenden Umsatzanstiegen einhergehend, umso stärker sind natürlich auch die zyklischen Risiken und die zyklischen Risiken bei einer LVMH sind also gerade auch in der Kernmarke Louis Vuitton heute sicherlich höher, als sie es beispielsweise vor zehn Jahren waren, weil eben viele Leute auch Louis Vuitton-Produkte gekauft haben, die sie vor zehn Jahren eher nicht gekauft hätten, die dann eher abschreckend gefunden haben. Also da ist man ein bisschen mehr Richtung Lifestyle gegangen, so ein bisschen dieses High-End-Premium verlassen, aber man hat natürlich nach wie vor genügend Luxusmarken da drin. Also ich finde das Niveau jetzt allmählich interessant. Ich muss jetzt nicht unbedingt für mich selber hier kaufen, weil ich habe genug Louis Vuitton, also insofern man davon genug haben kann. Ich gucke mal, wenn die Aktie unter 700 fällt, was ich nicht ausschließen würde, eben, weil das Sentiment momentan negativ ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, was zu machen, aber es ist im historischen Vergleich eine Bewertung, die jetzt meiner Ansicht natürlich auch schon ein paar Risiken einpreist. Ja, und vor dem Hintergrund sind wir jetzt eben nach einem sechsprozentigen Rückgang in dem Vergleich vielleicht nicht an der Stelle, wo wir es optimal erwischen, aber wo zumindest nach dem, was man auf der Bewertung, auf dem Bewertungstableau eben so sieht, auch feststellen kann, dass wir uns im unteren Bewertungsbereich angenähert haben. Im Moment notiert die Aktie mit einem etwa 23er KGV, bezogen auf das, was jetzt so für das Geschäftsjahr dann final auch erwartet wird und was auch für 24 erwartet wird, ist sicherlich 700ern vernünftiger Preis. Wobei ich also immer nochmal sagen möchte, da ist alles schön, immer dieses Rechnen damit, was erwartet wird. Wir haben hier Rekordergebnisse gesehen und diese Rekordergebnisse müssen sich, wenn sich das Konsumklima abkühlt und zwar insbesondere gleichzeitig in den USA und in China, 2024 nicht einfach so wieder materialisieren. Das kann auch mal sein. Das gehört einfach auch zum Aktionärsein und zum Unternehmerdasein dazu, dass da 10, 15, 20 Prozent weniger stehen. Und dann sollte man nicht plötzlich sagen, oh, dann ist ja mein KGV dann doch 25, 27. Also nicht zu sehr an dieser Marke hängen. Ich denke, man kann sagen, also Bernard Arnault ist ein sehr, sehr rationaler Typ. Der könnte mit seinem Geld sehr, sehr vieles machen. Er hat aber weiter LVMH-Aktien zugekauft. Das scheint das Niveau auch ganz attraktiv zu finden. Und ich denke, die Zeit wird es auf jeden Fall am Ende richten, dass man mit dieser Aktie Geld verdienen wird. Ob das jetzt der ultimative Schnäppchenpreis ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach mal die Situation, wir wollten sie damals etwas günstiger haben. Deswegen der Discounter, unser Discounter hat auch einen Wert zugelegt. Deswegen können wir jetzt im Grunde genommen auch sagen, dann nehmen wir doch zumindest mal für die eine Aktie, wir können ja ab 250 Euro auch ganz einfach so mal eine Aktie kaufen und legen dann für die zweite Aktie in der Tat auch das mit rein, was wir da ja auch recht einfach machen können, nämlich einfach mal ein 700er Limit, bei dem wir dann auch noch ausgeführt werden. Und so haben wir jetzt mal eine Anfangsposition in LVMH gekauft und zum anderen auch noch eine zweite Order im Markt drin. Die Kondition für Discount-Zertifikate hatte ich mir im Vorfeld der Sendung angeguckt. Die fand ich jetzt gerade nicht so gut. Und von daher habe ich hier auch gesagt, naja, wir sind jetzt auch eben in einem Preisbereich angekommen bei dem Titel, wo man in der langfristigen Historie eben auch gesagt hat, also wenn man so in diesem Umfeld gekauft hat, war das kein Fehler. Und ich finde es ja ganz lustig, dass Christian jetzt derjenige war, der auf etwas angesprochen hat, was wir genau bei so einem Titel natürlich auch immer sagen. Risiko ist immer. Und das gilt natürlich auch hier. Und die Risiken, die es bei einem Luxusartikel-Anbieter gibt, die muss man natürlich in irgendeiner Form berücksichtigen. Ich glaube, wir haben das in all unseren Sendungen hier immer sehr, sehr regelmäßig auch bei einer LVMH gemacht. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht weiter in die Tiefe rein, sondern sagen an der Stelle einfach mal, zum Schluss haben wir noch diese eine Transaktion gemacht. Damit seid ihr informiert. Ihr wisst auch, wie unser Discount-Zertifikate-Investment gelaufen ist. Wie gesagt, 6% plus anstatt 6% minus mit der Aktie. Und damit soll es das nach gut 75 Minuten auch für heute gewesen sein. Wir wünschen euch, wie immer, dass ihr gesund bleibt, beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sagen Tschüss aus Berlin. Wir wünschen euch, wie immer, dass ihr gesund bleibt, Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.